Ich finde das mir dann richtig für das Janin eigentlich? Ja, gib's an! In die Zeit, das geht nicht. Hihihi. So, da la, dann gehen wir mal gucken. Jibgummi gummi 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 gummi. Geil, die ist nicht kaputt zu gehen. ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr wie zum Beispiel der Wurzel mitgeholt hat Alex das war cool Ich bin ins Wasser. Warum? Mich hat er über der Haufen gefahren. Werne? Warum nicht? Entschuldigung. Du bist aber nicht gestorben, oder? Naja. Sieß. Oh, da ist ein Mück. Oh ne, das ist ja so doof. Hast du schon geplündert? Ne, keine Lust. Nee, keine Lust. Komm, komm. Hopp. Auf geht's. Ich hab' aber echt gekutzt. Ja, ich hab' schon. Schade. Schade. Das ist der andere, dein Boot kaputt schieben. Mach' doch. Ich mach' mal wieder die ganze Arbeit hier, mach' das klar. Ja, da. Er wär' jetzt nicht ganz gut, qua. Hä? 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 Das macht auch Spaß. Ja. Ja, das so nicht? Nee, ja. Das ist ja so doofes Brot. Das ist es ja schon. Ja. Ja, ich will auch mal nochmal so Wildwasser-Rafting. Also, Rockstar, wenn er das höre, machen das ein bisschen mehr nochmal so cooles Wildwasser-Rafting. Das war echt. Und die Flüsse und so gerne ein bisschen breiter und so. Ja, das wär' geil. Ja. Ja, das ging ja schnell. Wow. Pff, ich finde, es war sehr gefallen. Ich struddel. Hab' ich's gesehen? Ich hab' eigentlich an der Sitzmus gemacht. Das war sehr. Definitiv. Ja. So. 0,08. So, sehr schön. So. Eigentlich will ich ja mit dir noch was testen. Ja. י